Musik So liebe Leute, ein herzliches Willkommen, euer Van Bergen am Mikrofon. Ich begrüße euch recht herzlich aus der Close Beta von The Elder Scrolls Online. Ja, ich wurde eingeladen und habe für euch ein kleines Video vorbereitet. Leider darf ich bloß maximal 15 Minuten Gameplay und Spielerfahrung zumindest in bewegten Bildern euch zeigen. Das soll mich aber nicht abhalten, ein wenig euch zu zeigen, wie man so questet, wie man Aufgaben erledigt, wie sich das Spiel anfühlt und natürlich auch ein wenig in den Menüs umher navigieren. Wenn ihr was Bestimmtes sehen möchtet, sagt mir bitte Bescheid, schreibt so viele Kommentare wie möglich, denn ich darf nochmal ein Video machen in der nächsten Woche und darf an der Stelle dann noch ein bisschen mehr auf eure Wünsche eingehen, was ihr ganz gerne sehen möchtet. Also, kurze Information, ich bin hier in Deutschsturz, eine der Hauptstädte, beziehungsweise eine der größeren Städte in dem Gebiet Glenumbra. Das befindet sich hier, wenn man Tamriel sich anschaut, hier in der linken Seite und dort bin ich momentan beheimatet. Level 7 ist mein Dragon Knight, so nennt sich meine Klasse. Wir können kurz reingehen, auf was ich geskillt habe, vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen, wenn wir hier in meine Fertigkeitenliste reinschauen. Seht ihr, ich habe ein paar Punkte in dem Bereich, in der Klassenspezialisierung Earth and Heart, also erdenes Herz, kann man das so sagen? Oder erdenes Herz, ich weiß nicht, wie ich übersetzt wird, ist ja auch vollkommen egal. Oder erdiges Herz, ich weiß es nicht. Und natürlich ein wenig Skillpunkte in Einhand und Schild reingesteckt. Das soll so eine Art, ja, Tank werden, was ich mir mal so gedacht habe. Ein paar andere Klassen habe ich auch schon anprobiert und ich glaube, ich habe mich schon festgelegt, wenn das Spiel dann losgeht, spiele ich auf jeden Fall den Zauberer, macht mir am meisten Spaß bis jetzt. Soll mich aber nicht abhalten, ein wenig mit meinem Dragon Knight weiterzuspielen. Momentan habe ich eine Quest, ihr seht oben, das ist recht Skyrim ähnlich, diesen Kompass. Da wird euch geholfen, in welche Richtung ihr navigieren sollt oder laufen sollt, in welche Richtung wir gehen. Momentan habe ich eine Quest, die nennt sich Blut- und Sichelmond. Das seht ihr auf der rechten Seite gelb. Und dann steht dann noch Sprecht mit dem Schneider, den soll ich jetzt aufsuchen. Das schauen wir uns mal gleich an, wie dann die NPCs mit uns interagieren. Sieht auch ganz interessant aus. Ansonsten, ja es wird gleich dunkel, aber das lassen wir mal nebenher. Ich versuche mal ein bisschen schneller voranzukommen, damit ihr auch noch ein paar andere Spielelemente seht. Außer bloß vielleicht den Questgeber, sondern auch ein bisschen Kämpfe vielleicht. Also hier gehen wir mal rein, in dieses Gebäude. Hier soll der Schneider drin sein, der für mich den nächsten Tipp hat, um meine Aufgabe zu erledigen. Interesse an hervorragenden Kleidungsstücken? Vielleicht etwas in Seide? Niemand verlässt meinen Laden mit leeren Händen. Okay, ich suche nach einem Umhang mit einem Sichelmond-Zeichen. Ich fürchte, die sind unverkäuflich. Der Sichelmond ist das Wappen der Familie Kasimir, der Herrscher von Dolchsturz. Warum würde ein Toter das auf einem Zettel schreiben? Ich habe nämlich eine Leiche gefunden am Flusslauf und der hatte einen Zettel bei sich. Und auf diesem Zettel stand, ich sollte mich beim Schneider melden und eben diesen Umhang besorgen. Jetzt antworte ich mal. Ich habe jetzt die Möglichkeiten, immer diesen Geschichten noch weiter auf den Grund zu gehen. Das lasse ich mal jetzt außen vor. Ich denke mal auch, es wollen nicht alle zu sehr gespoilert werden, was die Geschichten angeht. Also ich kann mich schon sehr, ich möchte mal sagen, in Singleplayer-Manier oder Singleplayer-Rollenspiel-Manier mit den einzelnen NPCs noch sehr lange unterhalten, noch mehr Details herausfinden. Manchmal sogar ganz hilfreiche Details. Das würde ich jetzt mal auslassen und zeige euch mal ganz kurz den Handelsbildschirm. Ist auch ganz interessant. Dann kommen wir mal in unser, oder in mein Inventar. Hier kann man einfach verkaufen. Ich finde, das Inventar ist sehr schön gelöst. Hier unten seht ihr euren Kontostand. Dann seht ihr auch noch, wie viele Allianzpunkte ihr habt. Hier im unteren Feld. Dann könnt ihr euer Inventar noch sortieren nach Waffen, Rüstung, Verbrauchsgüter, Materialien und Verschiedenes. Ich möchte jetzt ganz gerne mal die Waffen verkaufen, die ich momentan nicht trage. Ihr seht, links habe ich in der Haupthand dieses Eisenschwert auf Absorb-Magica und auf der Nebenhand einen einfachen Schild. Ich verkaufe die anderen Sachen einfach mit E. Dann kriege ich wieder ein bisschen Gold. Habe mittlerweile 1800 Gold angespart. Das ist nicht wirklich viel. Man bekommt sehr schnell sehr viel Gold zusammen. Zumindest jetzt von der Höhe der Zahl. Hier habe ich noch eine Halbliederjacke. Die bringt mir auch nochmal 10 Gold ein. Und dann kann ich auch Verbrauchsgüter noch verkaufen. Wenn ich das möchte. Davon möchte ich mal absehen. In Ordnung. Er hat mir jetzt keinen direkten Tipp gegeben. Aber ich habe jetzt meine Quest tatsächlich erweitert. Da steht jetzt Sprecht mit Hauptmann Aresin. Das würde ich ganz gerne mal tun. Um eben dieser Quest weiter auf den Grund zu gehen. Wo es denn hängt. Hier oben sehe ich jetzt, wenn ich diese einzelnen Pfeile mittig platziere, sehe ich, was mich dort erwartet. Zum Beispiel Battler Matthew. Das ist so ein leuchtendes Dreieck. Das heißt, dieserjenige, oder dieses Dreieck, hat für mich eine weitere Quest offen. Da gucken wir mal kurz. Niemand kümmert sich um uns, arme Bettler. Mit ihm kann ich jetzt reden. Könnt ihr mir bitte helfen? Ich bin der Nächste. Ich weiß, dass ich der Nächste bin. Der Nächste? Für was? Mord. Meine Freunde sind schon tot, aber das schert die Wachen nicht. Was macht schon ein Bettler weniger aus? Wir sind doch nur Luft für sie. Aber wenn jemand den Mörder finden könnte. Ja, wo soll ich mit der Suche beginnen? Beginnt eure Suche in den Gassen des Handelswirtels. Dort wurde erst gestern der alte Guillain ermordet. Vielleicht wird Leutnant Dubois euch eine Belohnung geben, wenn ihr seine Arbeit für ihn macht. Vielen Dank. In Ordnung. Es ist furchtbar, arm zu sein. Man ist unsichtbar. Niemandem kümmert es. In Ordnung. So bekommen wir auch sehr, sehr viele weitere Aufgaben. Also auch wenn man in der freien Welt umher schwört und vielleicht auf der Suche nach Materialien ist. Auf der Suche nach Alchemie-Werkzeugen oder Ressourcen ist etc. Findet man immer wieder solche kleinen Questgeber, die einen noch eine weitere Aufgabe geben. Und einen so noch weiter in die Welt hineintauchen lassen. Okay, Hauptmann Aisin soll... Ach, da seht ihr, da oben ist der. Ich weiß gar nicht, wie ich da hochkomme. Ich glaube, ich muss mir hier vorne... Langschauen. Ich versuche mal zu rennen. Rennen kann man mit Shift. Ich wollte ganz gerne noch einen Kampf mit ins Video nehmen. Und ich habe ja so Angst, dass es zu schnell, so lange dauert. Und ich euch nicht mehr viel zeigen kann. Auch nicht wirklich viel von den Charakterfertigkeiten. Aber all das könnt ihr auch nachlesen. Habe ich euch eine kleine Bildersammlung gemacht. Oh, da haben wir einen Gegner. Sehr schön, da können wir jetzt mal die Waffe ziehen. So, ich versuche jetzt mal zu blocken, um den Kampf ein bisschen in die Länge zu ziehen. Hier sehen wir ihn. Ein Blutdorn-Assassine. Wenn ich blocke, seht ihr aber, meine Ausdauer geht zugrunde. Jetzt mit A1 kann ich eine meiner Fähigkeiten anwenden. Dann schlage ich ihn so nieder. Und mit 2 habe ich die nächste Fähigkeit. Jetzt ist meine Ausdauer schon bald hinüber. Jetzt kann ich gar nicht mehr blocken. Ich kann noch einfache Schläge ausüben oder einen heftigen Schlag, indem ich die linke Maustaste gedrückt halte. In Ordnung. Geht jetzt ein bisschen zügig. Hat er nicht wirklich viel Zeit, euch das noch näher zu erklären. Aber ich denke mal, ich hoffe zumindest mal, es kommt ein bisschen rüber. Dass mich aber hier mitten in der Stadt einer angreift, ist schon auffällig. Hier sehen wir so ein bisschen die Grafikpracht, das mir gerade auffällt. Hier seht ihr so ein bisschen diesen Schein von der Sonne. Sieht schon sehr, sehr schön aus. Für ein MMO natürlich absolut bombastisch. Und streckenweise. Ich habe es jetzt glaube ich nicht ganz auf Ultra eingestellt für die Videoaufnahme. Aber es lässt sich wirklich schon sehr, sehr schön darstellen. Alles sieht wirklich sehr, sehr toll aus. Und es gibt sehr, sehr schöne Ecken, die dann noch farbenprächtiger sind etc. Obwohl es, wenn wir uns immer hier so ein bisschen hinstellen, hier auch schon sehr, sehr toll aussieht. In Ordnung. Hauptmann Arizine. Willkommen in Dolchsturz. Geht weiter. Ich habe Informationen von Roy. Wo ist er? Warum schickt er einen Fremden, anstatt selbst zu kommen? Roy ist tot. Ich habe diese Notiz bei seiner Leiche gefunden. Tot. Maras Hände. Zeigt mir mal diese Notiz. Oh ja, das ist unser Code. Jemand, der dunkle Naturmagie verwendet, plant König Kasimir zu ermorden. Aber wer steckt dahinter? Ich muss mehr erfahren. Versucht aber ja nicht, mich zum Narren zu halten. Ich habe jetzt mal, ich versuche jetzt mal ein bisschen zu unterbrechen. Damit wir noch ein Stückchen vorankommen. Jetzt kann ich mit Grenner reden. Ich würde ganz gerne mit euch noch kurz rausgehen. Oder zumindest mal schauen, ob wir hier irgendwo... Ja, hier hätten wir auch Wasser. Oh, hier rennt noch ein anderer Spieler umher. Ich wollte euch noch angeln zeigen. Ich wollte auch noch zeigen, wie man Berufe ausübt. Ich darf aber bloß 15 Minuten nehmen. Das ist ärgerlich. Furchtbar ärgerlich. Ich hätte euch sogar noch viel mehr gezeigt. Wir versuchen mal schnell noch ans Ufer zu laufen. Machen die Quest jetzt nicht weiter, wie sich die auflöst. Da will ich auch nicht zu viel spoilern. Sondern versuche noch mal so ein bisschen euch dann Menüs zu zeigen, nachdem ich geangelt habe. Hier sind wir auch. Man kann mit nahezu jedem NPC interagieren. Jeder hat eine kleine Geschichte zu erzählen. Hier sind wir am Wasser. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich hier auf die Schnelle noch was Tolles finde. Was ich zumindest mal... Oh, hier haben wir was. Wasserhyazin. Okay. Hier haben wir zum Beispiel eine Wasserpflanze, die ich einfach einsammeln kann. Ihr seht, Hyazin, die können wir mal nehmen. Das sind natürlich Elemente, um Tränke zu brauen. Zum Beispiel für die Alchemie, die man einsammeln kann. Auch Holz findet man überall. Man braucht keine besonderen Werkzeuge, um Sachen abzubauen. So wie Eisen zum Beispiel habe ich schon viel gefunden. Aber auch Holz. Angeln geht auch ganz einfach. Bloß auch beim Angeln haben wir jetzt ein Problem, dass bei diesem Fluss leider ja kein Angelpunkt ist. Da müssen solche kleinen Angelpunkte sein. Wo man dann eben seinen Köder reinwerfen kann, mitsamt Angel. Und dann kann man angeln. Ihr könnt mal kurz noch einen Kampf vollziehen. Oh, Level 7 ist da gerade schon. Den habe ich erstmal niedergeschlagen. Okay, ging noch ganz gut. Obwohl meine Ausdauer schon wieder fertig ist. Und dann hinterlassen diese Tiere, die man dann tötet, hinterlassen natürlich auch Pelze, die man später verwenden kann, etc. Hier drüben sehen wir in der freien Welt, haben wir Bernhard Redan. Den sehen wir oben in der Liste. Und das ist schon der nächste Questgeber, beziehungsweise MPC. Mit ihm können wir kurz mal reden. Ihr seht... Das sind jetzt MPCs, die keine Quests für mich haben, aber die sofort auf diesen MPC hier, auf Bernhard, zeigen. Jetzt gucken wir mal, was ist denn geschehen. Und wie kann ich helfen? Ich mach's ein bisschen schnell. Ja, das könnte einen Weg geben, den anderen nicht von meiner Familie nach Deutschland. Und dann könnte ich noch weiter, noch mehr Informationen, also man kann sich noch ein bisschen länger aufhalten, länger als ich Zeit habe. Bevor wir jetzt das noch angreifen, ihr seht, dann haben wir wieder eine neue Quest. Und so spielt es sich halt im Allgemeinen. Man entdeckt etwas und sieht sofort wieder, gibt es wieder was zu entdecken. Und man kommt wieder ein Stück weiter. Ich würde ganz gerne noch kurz mit euch so ein bisschen hier in die Menüs reingehen, was ganz interessant ist. Natürlich das Inventar sehen wir hier. Hier drüben um meinen Ausrüstungsbildschirm mit den einzelnen Slots, welche Sachen man anlegen kann. Hier natürlich nochmal das Inventar mit allen Materialien, die drin sind. Kann man auch hier natürlich ganz einfach sortieren. Ansonsten bei der Charakterübersicht, was halt interessant ist, hier die einzelnen, die drei Hauptattribute, die man verbessern kann. Ausdauer, Leben sowie Magika. Hier sehen wir noch mehr Details zu den allgemeinen Statistiken des Charakters. Hier sehen wir, dass ich momentan kein aktives Reittier habe. Reittiere sind auch recht günstig erhältlich. Bereits ab 17.000 Gold. Auch da findet ihr auf unserer Seite nochmal mehr Informationen. Fertigkeiten finde ich ein bisschen interessanter, glaube ich. Ich würde ganz da die letzten Minuten nochmal draufsetzen und euch ein bisschen erläutern. Sobald ihr anfangt, das Spiel zu spielen, habt ihr die Möglichkeit, den ersten Fertigkeitpunkt zu verlegen. Hätte ich jetzt einen, ich habe jetzt leider keinen mehr, kann ich mir auswählen. Entweder gehe ich in eine der drei Klassenspezialisierungen. Zum Beispiel hier Ardent Flame oder Dragonic Power oder Earth and Heart, was ich jetzt gewählt habe. Ihr könnt dann versuchen, hier alle Elemente zu skillen oder alle Fähigkeiten zu skillen, die der Charakter hat. Sowohl aktiv als auch die passiven. Oder ihr sagt euch, nö, ich nehme jetzt zum Beispiel, wie ich es gemacht habe. Ich nehme jetzt mal hier die erste Fähigkeit von Obsidian Scherbe mit. Dann nehme ich von mir aus noch die erste Fähigkeit mit dem nächsten Fertigkeitpunkt. Von, ja, Dragonic Power mit. Dann nehme ich noch Fury Grip oder Feuriger Griff mit. Und dann gehe ich noch her und level so ein bisschen meine Waffen, so wie ich es auch gemacht habe. Ihr seid da komplett frei und könnt da selber entscheiden, was ihr machen möchtet. Ihr seid auch als Klasse nicht drauf getrennt, welche Waffe ihr benutzen sollt, sondern könnt da auch vollkommen frei wählen. Ich werde als zweite Waffe dann mit meinem Dragon Knight auch den Bogen wählen und mit dem dann noch den noch skillen. Und damit ich auch noch eine Fernkampfwaffe habe, also sprich erstmal im Fernkampf die Tiere anschießen oder die Gegner und dann im Nahkampf mit Schild und Schwert niederstrecken. So habe ich mir das Spiel jetzt so vorgestellt mit der Klasse und so würde ich es ganz gerne auch weiterführen. Natürlich könnt ihr auch Punkte in die Rüstung stecken. Irgendwann werdet ihr mehr Punkte haben, als ihr verteilen könnt oder als ihr braucht für die ersten Sachen, die ihr erreichen wollt. Und dann werdet ihr Punkte hier vielleicht in Medien-Armor reinstecken oder wie ich zum Beispiel in Heavy-Armor und könnt hier immer noch die Sachen erweitern. Natürlich könnt ihr auch eure Punkte in Alchemie stecken und Handwerk-Fertigkeitspunkte bekommt ihr immer mit jedem Level ein. Oder auch einfach, wenn ihr Himmelscherben sammelt, ganz klar. In Ordnung, die Zeit ist leider vorbei. Ich gucke gerade auf meine Uhr. Es ist jetzt, ja, ich glaube ich habe eine Minute noch Zeit. Hier sehen wir noch das Tagebuch und auch gesammelte Bücher, die ich habe. Wie ihr seht, die Dwemer hier als Menü haben 16 Bücher und ich habe noch keine einzige Schriftrolle oder kein einziges Buch gefunden. Da gibt es noch viel zu entdecken. Die Karte ist schön, da kann man eine ganze Menge entdecken und aufsuchen und durchklickern und erkunden Gruppen, Kontakte, Gilden sowie auch Allianzkrieg. Ihr seht, da gibt es noch eine ganze Menge für mich und auch für euch dann später zu entdecken. Hier können wir sehen in der Übersicht, wie es momentan steht, überall 0-0-0, Boni sowieso und Kaisertum auch. Also, es ist viel zu tun, liebe Leute. Ich hoffe, ein wenig euch zeigen zu können oder ihr habt ein bisschen was mitgenommen aus diesem kleinen Video. Macht's gut, haltet die Ohren steif und jetzt muss ich wirklich aufhören, die Zeit ist vorbei. Ahoi und bis zum nächsten Video. Schreibt bitte in die Kommentare, was ihr unbedingt sehen möchtet in der nächsten Folge von meinem Close-Beta-Bericht. Bis dann, euer Van Bergen. Ciao, ciao. Ciao.